Guten Tag meine illustren Freunde, der Schrammelfatt hier ist mit seinem Flammenschwert wieder dabei, richtig rumzurasseln, während wir in die Katakomben unterhalb der Stadt, also die, nennt sich das hier, Kanalisation, meine Fresse, Kanalisation eindringen, jawohl, mit meinem Lieblingsjoypad. Eine krankmachende Plage fließt durch die Tunnel und entzieht diesen weiten unterirdischen Labyrinth und träufelt aus diesem unterirdischen Labyrinth. Um seine Zitadelle von Eindringlingen zu schützen, hat Wroll die Durchgänge mit tödlichen Vorrichtungen und kranken Wächtern bestückt. Puh. Da, da, da. Äh, 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 diese, diese, wie hatte das Wort doch eben noch, verdammte Scheiße nochmal. Diese Kanalisationstunnel unter Oldtown sind angefüllt mit schrecklichen Gerüchen und Gefahr. Feuer wird dir deinen Weg freimachen und einen Pfad durch die Fäulnis hier unten schlagen. Ich werde dich hier wieder einmal, ich werde dich wieder in Oldtown treffen, äh, falls du dann immer noch leben solltest, natürlich. Aha, Knochen, leck mich. So, wir haben den, der Einhornweg ist leider zugeschüttet mit Schein. Oh, upsie. Nein, nein, Knubbels, ich mag keine Knubbels, äh, außer Schokolade. Okay, ich wollte eigentlich weiter. Hallo, Großmaulian. Okay, ich hab, oh, es wackelt im Takt. Hm, 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 bla, okay, ich muss einfach nur dagegen laufen. Okay, geht's einfach nur runter. Boah, ey, okay, nicht den Bommelbommeln, ansonsten wird der Bommel mich hummeln. Ha, da komm ich einfach durch. Oh, Tür von wegen, ich bin der Meister des Ausweichens, des Seuchenweichens. Weiche, böser Geist. So, ich schneide durch dein Fleisch mit Wonne in den Troppen. Kannst du mal kaputt gehen? Okay, du wackelst noch zu mir? Nein, nein, nein. Nein, ich sage niemals. Warum verharrst du? Warst du schon außer Pust, du Spider-Schwein? Okay. Aha. Wozu ist dieser Knubbel da? Ich, die, die muss doch irgendeine Art von, wir wollen nicht haben, dass die Knubbels da sind. Kann man damit diese Dimmers hier aufmachen? Ist die andere Präger. Ich kann sie wahrscheinlich nicht übereinander stapeln, um dort oben irgendwie hinzugelangen. Aber wenn ich die jetzt nebeneinander stelle, dann kann ich sie wahrscheinlich gar nicht mehr... Ja, ja, okay. Ja, 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 ja. Ja, ja, ich... Das sieht tödlich aus hier gerade. Ich springe ein... Bada, bada, baa, 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 baa. Ha! Ins Gesicht gekackt. So, ich sollte das mit dem Parieren vielleicht nochmal üben. Oh. Ha, 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 geübt. Komm mal her. Ich weiß, ich bin einfach so gut da drin. Ich bin so wahnsinnig gut da drin, dass es mir selber schwammig vorkommt, das so zu sein. Yay! Die Zahnräder der Matschigkeit. Einfach runterdurchlaufen. Und dann ist es schon überwunden. Nichts kann mich schreckern. Ha? Ha, 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 ha. Ein bisschen weiter fließt. Och, einfach drunter durch. Oh, 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 oh. Scheiße. Das ist ja ein Kackhund. Nein! Kackhund. Kackhund. In die richtige Richtung frotzeln, bitte. Ha, ha. Habe ich... Oh, komm her. Ha, ha, ha. Kannst du mal in die richtige Richtung kacken, Mann? Ja, und da haben wir ihn den Kopf abgesäbelt. Oh, okay. Wir warten, wir springen, wir sind... Nicht am Bömmel interessiert, nicht am Bömmel interessiert. Nicht am Bömmel interessiert. Ah, mit unserem Astralight. Wo kam das her? Da ist ein Bömmel. Ich sehe den Bömmel. Ha, ha, ha. Das ist ein Aufzug. Gibt's hier... Okay, ich bin... Ich bin angsterfüllt. Gibt's hier einen riesen Bömmel? Nein. Ah, ja. Ja. Oh, oh, oh. Hallo, Arsch. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Komm da runter. Ach so, das ist jetzt ein Aufzug, hoffe ich. Komm mal nach oben, Aufzug. Oh, ein Aufzug. Upsa. Oh, lala, oh, lala. Okay, wir können links und rechts. Jetzt, ich gehe meinem Trieb entgegen, indem ich zuerst hier hingehe. Na, komm her, komm her. Ja, ich bin nämlich normalerweise immer derjenige, der links geht, wenn wir links und rechts zur Auswahl haben. Aber nicht dieses Mal. Oh, oh. Meine alten, verschrumpelten Waden kommen weiter. Ach so, muss ich hier? Kommt der auch weiter? Nein. Haha. Lustig, lustig. Rallal. Wo kommen die Giftknubbel her? Aus den Fackeln, die uns den Weg... Nee, da ist sie. Haha, woanders. Also, es sind wieder Fickpilze. Shit. Also, ich dachte schon, die explodieren hier. Sie röpsen. Sie röpsen. Sie röpsen. Aua. Ja, ich hau hier einfach ab. Ich hau hier einfach ab. So, ihr könnt nicht mal. Oh Gott. Schrabbelfartis. Oh Gott, der hat ja eine Peitsche. Ho. In die richtige Richtung. Kacke. Ich hasse dieses Gift, Bluder. Okay. Ah, fuck. Dachte, ich hätte ihn fast. Diesen Medusenskelettkopf. Geschwuder, geschwader, geschlumpel. Kannst du das mal kaputt machen? Oh. Es ist, es ist, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen heftig hier. Es ist, oh, dafür werde ich nicht bezahlt. So, wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? Ich bin vorbereitet. Da, 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 da. Scheiße. Ich ruf dich an. Oh Mann, diese kleinen Mist-Skelette. Da, da. Ach, come on. Dann mal hinüber. So. Jetzt aber. Ernsthaft. Ha ha. Es ist so leerlich. Es ist so leerlich. Hat er mich noch gehauen, oder was? So. Okay. Ha ha. Okay. Kann ich noch? Ach, schade. Sehr schön. Das ist, das Schöne daran ist, man muss ihn sofort blocken, wenn er den Angriff ankündigt. Und das ist das Einfachste. Das ist das Einfachste. Bumms. Mein Konto ist ja härter als ein Boss. Aua. Jetzt gerade kriege ich es nicht mehr hin. Das ist ja blöd. Geht doch. So, jetzt ist er aber mal hinüber hier. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Endlich. Oh, mach mal den Weg frei. Ich kann einfach hier durchlaufen. Das geht doch gut. Nein, wir sind nicht unseres Lebens überdrüssig. Oh, das geht weg. Ein interessanter Gang, voll weniger Herausforderungen, muss ich dazu gerade sagen. Außer hier. Natürlich. Wow, 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 wow. Ach so, was? Es ist die Gannendorf-Statue. Mach hier mal weiter, Jungs. Scheiße. Scheiße, ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Oh Gott, ich bin so im Arsch. Nein, du nicht. Ja. Meine Güte, das dauert aber lange. Okay. Eins, zwei, drei. Trämmel Schritt. Okay. Schleuder mich hoch, Schroddi. Okay, wir haben einen Weg frei gemacht. Wundervoll. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir noch... Schüttte. Kannst du mal... Sehr... What, what? Hä? Nein, 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 nein. Rödel. Genug gerödelt. Jetzt wird gefuhlmalt. Oh, wir sind fertig. Scheiße. Natürlich. Nein. Fuck. Gar nicht so gut, wenn das Teil quasi an der Wand drin ist. Weil ich dann kann ich nicht weiter zurück... Oh. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Kein Fall Schaden. Aber komm mal her. Komm mal her. Jawoll, da ist es ja. So, links oder rechts? Erstmal das wegmachen. Okay. Wir gehen erstmal hier lang. Oh yeah. Natürlich. Natürlich. Oh fuck. 1, 2, 3 und weg. Zurück damit. 1, 2. Ich habe Angst. 1, 2. Nein. Ich habe die Steuerung. Nicht so weit wie eben. Wieso, dass wir genug Zeit haben, nicht in die Richtung geschlagen. Gut. Immer noch kein Rücksetzpunkt. Okay. Wir haben ja noch ein zweites Teil. Das rumheuert und feuert. Okay. Da ist es. Hingelangt. Genau. Genau. Natürlich werden wir nicht getroffen. Was für ein Dreck. Oder auch nicht. Es macht ihm nichts. Es macht ihm nichts. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wir machen jetzt erstmal den hier. Wir lumpen erstmal den da weg und das da weg. Dann sind erst einmal diese Barbarenbrüder hin vorn. So, weg. Natürlich. Okay. Okay. Der kommt aus der Scheiße dann irgendwann mal wieder raus. Wenn ich mal in die Richtung gucken kann. So. Endlich. Da geht das weg hier. Dann gehen wir einmal draufhauen. 1, 2, 3. 1. Und wundervoll. Wundervoll. Hoffentlich kommt keiner von diesen zweiten Bodenbastarden hier mal wieder raus. Hier vorne. Da vorne ist er. Das Ding. Aha. Ja, da kümmern wir uns jetzt noch drum. Keine Ahnung. Natürlich. Kannst du nicht eine halbe Sekunde später kommen. Arr. Knarr. Schwarzes Bier. Wundervoll. Ein Rücksitzpunkt. Oh. Oh, man stirbt noch nicht sofort. Cool. Oh, das Licht hier ist so wundervoll. Hm. Oh, hi. 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 Ich sollte das nicht sagen. So, was haben wir hier? Oh. Geilheit. Bums. Aha. Ho, ho. Wundervoll. So. Du scheiß Teil. Hoffentlich. Ja. Okay, ein Bärmel. Den habe ich gesehen. Oh, da oben ist noch ein Sackteil. Das Sackteil haben wir. Gen- Wow. Intestinitäten hier. Ich hoffe, jetzt habe ich drauf. Jawohl. Was für... Da bin ich hin. Da bin ich. Scheiße. Gut sein. Oh, ich meine. Okay, man kann nicht damit da durchpesen. Gut. Aber alles kein Problem. Sagt die... Rampe. Pampe. Okay. Easy. Easy. Sagte er. Das geht Feldgrund her. Oh, das ist aber ein... Ein ganz schöner Shit-Haufen hier. Okay, da kommt auch wieder Kram. Der Spießrutenlauf. Aber die Pressen sind so wirklich jetzt nicht so wahnsinnig wild hier. Ein Bäumler. Hm. Okay. Oh. Yay. Okay, das ist jetzt mit den Dingern. Einen dämlichen Köpfen schon ein bisschen anspruchsvoller. Ach, zum Glück muss man das jetzt nicht auch noch hier übermäßig timen hier langzukommen. Okay, der will nicht. Ah, die Dinger, die runterfallen, die sind zerbrochen. Das sieht aus wie... Da bin ich doch als Kind rausgekommen, mein Gott. Eine große... Ein großer... Wow. Njum 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 njum. Mother Beholder. Dungeons & Dragons will seine Kreaturen zurückhaben. Oh. Njum njum. Wenn ich jetzt noch in die richtige Richtung schlagen könnte, wäre das Herz aller lieb. Njum 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 njum. Njum 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 njum. Ich hab... Energie. Okay, das... What the heck ist das denn? Todes... Oh Gott, no. No, 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 no. Du Beholder-Sau. Das raue ich platt. Scheiße. Ich möchte gerne Energie kriegen. Kann ich den nochmal treffen? Das wäre herz aller lieb. Kannst du mal ein bisschen weiter nach oben? Ich danke. Die Firma dank. Come on. Come on. Oh, scheiße. Come on. Das ist zu viel des Guten. Okay, ich behalte mal... Das ist etwas von anderen Sternen hier gerade. Heiliger Bim Bam. Ah, da habe ich noch keine Ahnung, wie ich das handeln soll. Das ist ein bisschen viel irgendwann. So, nochmal. Weil das kann ich quasi auch knicken. Kombos machen... ...ist auch nicht so richtig drin. Jetzt hat er nicht gehauen. Warum auch immer. Das ist... Okay. Das nächste Säckel... ...komm schon. Man muss die Säckel klein hauen. Das Problem ist nur, wenn man nicht rankommt die ganze Zeit. So. Oh cool. Das Ding hatte ich schon mal gehauen, glaube ich. So, jetzt kommt hier Macht. Oh. Oh, come on. Ohlalalala. Scheiße. Ja. Haha. Ein gezielter Schuss. Oh, meine Hörner der Mittelgötter. Du hast die Mutter der Beholder erschlagen. Lord Vrol wird ziemlich... ...zutiefst verärgert sein. Das sind seine liebsten Tierchen. Haustierchen. Er gibt sie allen Namen, weißt du? Schnell in das Portal zu Old Town, bevor sein Zorn über uns beide ja niederbrennt, äh, fällt. Moment. Ich komm nicht rein. So, jetzt aber. Yeah, wir sind zurück. Oh, das war aber ein kurzer Level hier. Ich habe das Gefühl, ich habe dort ein... ...ein Dings übersehen, vermutlich. Ein Stückchen von meinem Pendant. Ah, was soll's. Old Town ist das letzte Level, glaube ich, was ich bis jetzt hier so gesehen habe, was noch frei ist. Hm. Mal sehen, ob Lord Vrol sich dort breit macht. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Macht's gut und tschau je. Mal sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen.